was geht ab youtube ich bin hier auf der linken seite mit bayer und mit ich wollte sie endlich lassen ich wollte nicht baro sagen auf korrekt so wir reagieren heute auf ein trio was sehr interessant ist das ist das oder die erwartung ist nur mit den künstlern schon sehr hoch angesetzt das kapo bruder so den feier ich persönlich am meisten schon immer schon immer bruder und bruder farid und bobby sind auch sehr starke künstler 100 prozent die gehen ja jetzt auch bald auf tour das ist high class und mal gucken was die schon uns vorher bieten wenn euch das video gefällt lasst ein like da lasst ein abo da und jetzt viel spaß mit dem video das ist bestimmt auch eine krasse tour bruder wir haben allianzen bis alicante hatte keine varianten wie stadio mahane fahr die braunen haschisch platten rüber bis franz und lass meinen kursi deinen preis wieder runter handeln ich glaube musikvideo wird sehr sehr aufwendig sein also das sieht man jetzt schon ich glaube das wird ein krasses musikvideo sein trotz millionen klicks bin ich doch wieder angeklagt wo ja paranoia habe doch verfolgungswahn wenn ich mit tamino über grenzen runterfahren sehe ich vor meinen augen dieses kommissariat trotz rapperei bin ich im polizei gewahrsam abschiebung droht ich schwöre ich dachte das ist der sandro bruder warte hier noch nicht hier noch nicht ab hier schau warte hier genau diesen einstieg den kennt man irgendwie von dem schau mal warte hier genau diesen einstieg den kennt man irgendwie von dem schau mal irgendwie irgendwo erkenne ich das also tiktok doch der hatte das irgendwo in einer hörprobe bei welchem song war das noch mal der hatte das irgendwo schon mal verwendet ja tiktok aber welcher sound war das noch mal leben voller drama sadio mahane ja irgendwie so in die richtung hatte der das schon mal verwendet aber gut sag mir warst du da leb voller drama schick du sadio mahane wenn ich heute reingehe ist das schon mein drama war oft wieder angeklagt wo ja bin gefahren kommissariat schon wieder essig was hab ich nur getan sag mir herr kommissar angefangen als nur boah bruder ich bin so gespannt jetzt bei dem part von farid ne ey eine frage an euch ne würdet ihr sagen so bobby geh gehört so mit zu den besten newcomern so bruder ich sag mal so respekt für seinen weg er ist ja auch hat ja bei eiken also er hat ja bei ins talent da war der ja schon so auf dem schirm mäßig dann hat er bei eiken warte ich unterbreche dich kurz wart ihr gemeinsam bei gleiche staffel genau und bruder dann war der bei eiken halt bruder und bruder der junge hat alles richtig gemacht er hat alles richtig gemacht er ist zur eiken gekommen hat da abgerissen wir haben den gleichen werdegang er hat seinen eigenen stil bruder der ist musikalisch oder melodisch sieht also sieht aus wie ein star oder so also er hat alles was man braucht bruder ich denke die frage bruder die zahlen spreche für sich ja ja genau bruder der ist ja bruder er ist nicht umsonst da bruder er ist da ja safe 100% und bruder über farid und kapo bruder ich küss sein Herz über die beiden müssen in die und nur das swk macht meine träume kaputt ich weiß nicht wie ich erfolgreich wurde doch ich weiß dass ich durch mein erfolgreich wurde für ein der hohen mit dem butterfly bewaffnet boah warte den wusste ich noch mehr bruder der das war geil doch ich weiß dass ich durch meine träume kaputt ich weiß nicht wie ich erfolgreich wurde doch ich weiß dass ich durch mein erfolgreich wurde geil bruder heute weit oben wie der harensatz von justin wha heute weit oben wie der harensatz von justin ah boh bruder weißt du was bei farid auch krass ist bruder dass der einfach konstant ist bruder ich hab glaube ich noch nie in meinem leben einen schlechten part von farid gehört bruder noch nie bruder Noch nie. Bis heute Bruder. Ist nicht wirklich. Aber weißt du was ich cool an dem finde? Bruder der disst wie der Bock hat. Der pisst alle einfach an und keiner pisst zurück. Bruder ich schwöre dir Farid hat schon viele Karrieren aufwendet. Ich weiß. Bruder ich küsse das natürlich. Glaub mir und viele Leute haben davor Angst. Wir haben Angst davor gegen den zu schießen weil die wissen Bruder okay, weil der ist auch hartnäckig Bruder. Ja und seine Community ist ja auch krass. Der disst dich wenn du den jetzt disst, der disst dich in 15 Jahren. 15 Jahre noch Bruder disst er dich danach. Der ist halt ein disster der dein Ende bringt. Jaja 100% Von Sadio Mane. Kennt ihr das nicht? Sadio Mane ist doch die Strophe. 100% Das ist davon. 100% Leben illegal Trauschendräume gegen Haa Video ist krass. Jaa. Sehr aufwendig. Woher bin gefahren Kommissariat Schon wieder ist egal Was hab ich nur getan Sag sie Herr Kommissar Hallo 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 Oh jetzt kommt Kapo Bruder Ey Bruder ich muss sagen Bisher ist der Song sehr cool Geile Parts von Bobby, geile Parts von Farid Jetzt bin ich bei Kapo sehr gespannt Und das Video ist wirklich Endlevel Ja sehr stark Ach warste sorry So jetzt Hallo Hallo Oh 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 Glaub mir wie im Flut Nach einer Zigarette Bist du 30 Jahre älter Mein Blut Du verlierst dein Herz Du verlierst dein Lichten Ja ich würd jetzt gerne beten Auch beide Hände sind gefesselt Nimm mir alles was ich habe Aber gib mir meine Zeit zurück Ich vermisse meine Mutter wie ein weißes Kind Von klein aus Oh 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 Sehr sehr schöne Line Gib mir meine Zeit zurück Ich vermisse meine Mutter wie ein weißes Kind Von klein aus sein wie die Goodfellas Das war immer unser Traum aber nun endets Im Promisariat Sorry Mama Sorry Papa Ich muss auch sagen hier auf dem Song geht keiner unter Bobby hat hier Bruder die sind alle krass Du weißt ja das auf was ich vorne gesagt habe Bruder das sind drei krasse Künstler Der Song kann nur krass sein Das ist das aber auch Ja ja aber trotzdem bei vielen Künstlern ist das auch so wenn zu viele drauf sind dann ist immer so Der eine wo du sagst ja Ja so Alle haben geglänzt Bruder Haben die auch geil eingeteilt Jeder hat geglänzt Starker Song bisher wirklich Ja Schon wieder ist egal Ja Ja Was hab ich nur gedacht Ja 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 Musik Hä? Wie? Ich glaub das ist nicht geschehen? Ich auch nicht. Der zu Fußdingens? V-Mann, Bruder. Jaja, aber... Ja, V-Mann. Ja, V-Mann? Ja, hab ich verstanden, aber... Die haben nur am Ende gezeigt, warum die den umgebracht haben. Aber warum? Weil er V-Mann war. War das Sandro? Ja. Weil er den Song erst mal schlecht gemixt hat. Nein! Walla, rest in peace Sandro. Nein, Shoutouts an Sandro. Sandro. Wildester Typ. So, ey, aber cooler Song. Hat mir sehr gefallen. Was sagt ihr Jungs? Sehr stark, Bruder. Alle Parts waren geil. Die Hook war geil, Bruder. Das ist geiler Song. Ist nicht meine Musik, Bruder. Okay. Aber trotzdem, also ich muss sagen, für mich hat jeder geglänzt. Ein sehr cooler Song. Sehr stark. Alle drei waren wirklich stark. Die Tour steht auch bald an. Ich bin auch sehr gespannt, was da alles passieren wird. Wie voll die wird. Ich glaub, die werden sehr, sehr viele Leute erwarten können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Haut rein und ciao, ciao. 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 Ciao.